X suchen. Et voilà. Das ist laut. Verdammt ist das laut. So. Machen wir mal so. Ich hätte es gerne auf Deutsch. Kann ich nicht die Subtitel... Macht er vielleicht automatisch. So. Fortsetzen. Habe ich das schon mal angefangen? Nein. Eigentlich nicht. Schon wieder so cooles Soundchecks. Okay, wir fangen an. Oh, mit Kino-Ticket aufreißen. Jetzt bin ich mal gespannt. X-Audium Games präsentiert. Beer with me. Okay. W surveys zusammen. Wake up. Okay, ähm, ja, den Controller kann ich weglegen. Den mach ich mal aus, damit wir für nachher noch Batterie haben. Moment, das dauert nochmal ein paar Sekündchen, so. Och, Nacken. Ähm, Kindergesang creepy, ja, so ein bisschen. Das Spiel kenne ich, ist voll süß und lustig, okay? Gerade drei Räume weiter, was undeutbar Lautes gehört. War das Isa? Ja, vielleicht. So, gucken wir mal, ist das wie beim... Ne, Leertaste zeigt mir nichts an, okay. Nicht wie bei so einem Bedellic-Spiel, müssen wir selber gucken, wo wir was machen können. Wir gucken uns erst mal das Bett an. Okay. Oh Gott, Schubladen, verrückt. Gucken wir mal rein. Wie kommen wir... Ah, ja, okay. Okay. Wir haben ein kaputtes... Also eine kaputte Lupe gefunden. Und wir haben einen Schweizer Taschenmesser dabei. Okay. Oh, es gewittert. Hm, Radio. Sometimes I hear voices coming out of it. They're usually kind of informative. Das ist gut. Machen wir es mal an. Ah, Empfangsstörungen. Äh, was ist eigentlich mit dem multidimensionalen Unterwäschefach? Gibt's das noch? Klar gibt's das noch. Wir haben's noch nicht weitergespielt. I can't tell the time anyways. Okay. Äh, Karteikasten. I just can't seem to find any time in my busy schedule to unpack properly. I use this chest as a reading bench sometimes. Unlike most women, I just like to sit near the window on a cold autumn day under a warm blanket with a good book. It's just this weird work I have. Ja, das ist eine total verrückte Marotte. Die hat kaum jemand. Oh. Ups. Jetzt ist die Pflanze tot. Kenne ich irgendwoher. Geht den Pflanzen bei mir zu Hause auch so? Oh, da ist eine Brille. Die nehmen wir mal mit. I don't really need glasses, but maybe they'll come in handy. Better take them with me just in case. Super geiler Grafikstil. Und vorhin klickt mein Nostalgie. Jetzt schlechte Höhe. Okay, wir haben hier noch einen Schrank und wir haben hier Millie sitzen. Eine Giraffe. Hat die Angst vor Gewitter? Millie, mein Toidgiraffe. Ah, das ist eine Spielzeug-Giraffe. Interessant. Gut, reden wir mit der Spielzeug-Giraffe. Ähm, ich erinnere mich nicht wirklich, es gab da dieses Feuer. Ja, aber ich komme mit Albträumen zurecht. Sie scheint mir sehr tough zu sein, ne? Ja, aber ich kann mit Albträumen zurecht. Nichts egal, Millie. Was machst du hier? Ist alles okay? Oh nein, Frau, etwas Schreckliches passiert hier in der Papierstadt. Ich kam hier so schnell wie ich konnte. Ich wollte dich und dein Bruder nicht da gehen, aber wenn wir hierher waren, konnte ich nur dich finden. Was meinst du? Frau, ich bin Angst, dass dein Bruder hier missing ist. Ich muss mich finden, Flint. Millie, du bist hier und schaust. Ich komme und schaue auf dich später. Bitte, bevor du dich nachher schauen, für dein Bruder, Frau, geh und finder Mr. Bear und frag ihn, ihn zu kommen. Er ist jetzt verabschied, aber er war immer so stolz von dir. Ich bin sicher, dass er dir helfen kann. Er kann nicht sein, aber er hat ein Kindes Herz. Ted? Ich weiß, wo er ist. Er hat ein kleines Ophys in meinem Kloset, aber Ted und ich, wir können nicht mehr zusammen arbeiten. Mostly, weil ich noch immer smart und gefühlt bin und er ist ein Burnout geworden. Ich habe ihn nicht gesehen, seit er die Stadt verlassen hat. Aber was, was du auch zwei hattest, habe ich dich, zu erheben. Ein Teddybär mit Burnout? Okay, ich glaube, ich kann meinen Bruder allein finden. Okay, Millie, ich werde ihn darum bitten. Ja, wir fragen. Ja, ja. Ich habe ihn nicht erzählt, warum ich hierher gekommen bin. Es ist ein Mann, der nach Papier City kam zu Papier City eine Woche vorhin. Er ist gefragt, viele Fragen über dich. Was Mann? Wir heißen ihn, der Red Man. Es gab viele Fierungen in der Stadt diese Woche. Well, Paper City Police Department isn't known for its heroic head-on approach to crime-fighting. The Mugshot Boys helped me through the East Tunnel. Bless their hearts. We arrived at Flint's room, but he wasn't there, so I came here to wake you up. I have to go now, Millie. I'll be back as soon as I can to come check on you. Do you need anything? I'm fine, little miss. I just need to rest, is all. Please, before you go out, find Mr. Bear and ask him to come along. Ich bin mir jetzt nicht ganz schlüssig, wovon die Giraffe da redet. Paper City, ist das die echte Stadt, in der wir uns befinden? Oder ist das hier wieder so eine Fantasie-Geschichte, weil die ist ja... sollte ja eigentlich auch nicht echt sein. Weil sie sagt ja auch Your City. Aber ich mag das total, wie die gezeichnet ist. Das sieht so gut aus. Das Gewitter ist so gut gemacht, das gefällt mir. Ich erinnere mich irgendwie an die Pflanzen in Life is Strange. Pflanzen, die armen Dinger. Nicht mal ein Kaktus hat Chancen. Eine Art Pflanzen hat bei mir Chancen. Und das sind Sukkulenten. Weil bei denen ist es scheißegal, wenn du die lange nicht gießt. Wenn du denen dann so ein kleines bisschen Wasser drauf tust, dann... Ich hab's geschafft, Sukkulenten von so klein auf so groß zu kriegen. Und die sind nicht gestorben. Kakteen krieg ich allerdings auch tot. Papa Frank, hi, guten Abend. Gehen wir mal ins Office von Mr. Bear. Ah, willkommen in Sin City. She starts talking and I start pretending I don't care. I told her I'm retired. For good this time. Fell on deaf ears again. Anyway, she starts talking about Millie, Paper City, her brother, and all that jazz. And I'm wondering how many times we've gone through this before. You see, we have this routine where she asks me for help, as she always does. And I play hard to get, as I always do. Eventually I give in. We've done this so many times I've lost count. She knows the drill, and so do I. Might as well just hear her out. Her words ring through my office. They get stuck in this haze around my head. And then... They get lost in the cold autumn rain outside. Tapping on my window in this hypnotic manner. It's calming in a way. Or is it the booze that makes me calm? Not much to do when you're retired. Hobbies were never my cup of tea. I know her standing in my doorway with her Lady in Distress schtick means bad news for me. And yet I know I'm in for it again. The sun is slowly setting and the rain gets heavy. The news said there will be a storm tonight. Has es gut gemacht. Hi, Ted. I heard you've retired, but... Cut the ceremony doll. I ain't doing it. Doing what? Whatever little plan you've schemed up this time to ruin my life. You're bad news, doll. Always were. Do me a solid this time and leave me out of it. I'm busy. I knew you wouldn't help me. I only asked because Millie insisted you come along. Millie? Are we investigating old wives tales now? It's getting late, doll. Shouldn't you be in bed? Geht dich überhaupt nichts an? Ich war schon im Bett. Du machst so viel Krach. Ich hab bald Geburtstag. Ähm. Waren wir schon im Bett? Wir standen daneben, aber ob wir schon im Bett waren? Aber das ist so unfreundlich, wenn wir wollen, dass er mitkommt. I was in bed. Millie woke me up. Well, you should ask her to help you out then. So, you're saying I should ask an old blind woman to help me out? That old broad is tougher than she looks. Now, if you don't mind, I have some real work to do. Oh my god, you're still mad at me? After all this time? I really need your help, and I kind of promised Millie I would ask you to come along. Mad? Why would I be mad? I was almost thrown into a woodchipper, thanks to you. I was lucky. One of the guys we investigated is in my birdwatching, uh, poker and cigar club. And where were you? You ran off. I was following a lead, um, somewhere else. Yeah? What'd you found out? Not much. Not a goddamn thing. Listen doll, I've got a nice little setup here. Lately, I've been doing some tailing work for jealous husbands down in the city. Bunch of nervous trainwreps, but the money is good. I grew tired of pulling bloated toys out of Dredge River. Our days of crime fighting are over. That whole thing, it's behind us. It belongs in the past. Capisce? You've been practicing this speech, haven't you? A little bit. How was it? It was okay. The part about the bodies was a bit much. I threw that in for dramatic effect. It wasn't in the original draft, but... No, no, it was good. It gets the point across. Does it really? You're still here, and I still have a lot of work to do. How about I just keep pretending your office isn't in my closet and you actually owe me rent? That was kind of a cheap shot doll. But I guess nothing ever comes for free. What's this nonsense all about anyways? So, according to Millie, a lot of things are happening down in Paper City lately. What things? Like all sorts of bad things, and there's this guy that's responsible. According to Millie? The mayor has issued a citywide lockdown. No one is allowed to leave or enter the city limits until all of this is sorted out. They've managed to escape through the east tunnel maintenance route. But I think that's been closed off, too. They? Okay. Ähm. Verdammt. Jetzt habe ich Millie eben nur zugehört und nicht die Untertitel gelesen. Wie hießen die denn auf Deutsch? Verdammt. Teddy hat noch Sprüche aus, da schmeißt du dich weg. Ich bin gespannt, das gefällt mir bisher sehr, sehr gut. Ah, verdammt. Was nehme ich denn da jetzt? Ich weiß, dass sie irgendwas mit Boys gesagt hat, aber hier ist ja nix mit Jungs dabei. Ähm. Ich würde eins von den oberen beiden tippen, aber ich weiß nicht welches. Fifty-fifty-Chance. Ich würde fast das hier tippen, ne? Paper City? Ähm, yeah. Millie und die Paper City Paper-Mache-Assoziation. Okay, das war falsch. Ich dachte, sie könnten ihre, ähm, Mache-ing hier in der woods, seit ihrem Platz verbringte. Boy, das Platz verbringte schnell. Am ich richtig? Wait, ich habe nie gehört, ob eine Paper-Mache-Assoziation in der Stadt. Hast du das gemacht? Ach, das war alles gelogen. Okay. Das war alles gelogen. Aber sie wussten das nicht, haben sie? Anyways, sie helfen sie zu der Stadt durch den Tunnel des East. Der Weg zu Flint. Und sie sagt er nicht da. Sie glauben, er hat sich nicht verloren. Ich muss mich auf Flint schauen. Vielleicht ist er noch in der Haus, aber Millie will ich nicht alleine gehen. Sie sagt, es ist möglich für den Red Man zu finden einen Exit zu meiner Haus. Sie ist wirklich Angst. Wait, was Red Man? Sie sagte mir über diesen Mann, Dressen komplett in red. Er kam zu Paper City recently und fragte Fragen über mich. Er fragte Fragen über dich? Was ist so interessant über dich? Hey, ich werde dich wissen, dass es viele Leute da draußen finden, die mich interessant finden. Millie ist wirklich Angst, dieser Mann. Ich kann nichts geben. Willst du mir helfen? Woe da, Sugarcup. Auch wenn ich mit mir komme, und ich bin immer noch das Gefühl, das überraschend. Ich bin Angst, dass ein grüßes Komponent, das in unserer Zukunft verabschiedung, ist missing. Dein Hut, deine Nase, dein linker Schuh, mein Bruder... Ähm... Ich tippe auf den Hut. Dein Hut? Nein. Ich versuche das aus. Dein Magnifier? Das ist richtig, Dull Face. Jetzt sei ein guter Assistent und geh es für mich finden. Entschuldigung, dein Assistent? Du weißt, was ich meine. Jetzt schau dich. Ja gut, das haben wir dabei, ne? Können wir das einfach... Hier, bitteschön. Was? Aber, 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 weil es kaputt ist, oder was? Äh... 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 Ja, haben wir schon. Äh... Okay, wir brauchen noch Klebstoff... Äh... Wasserspender... Das sieht aus wie ein properer Office. Hm. Ja, ich bin zu heavier Stuff. Errungenschaft. Nee, das kann ruhig laufen bleiben. Ich wollte es mal ausprobieren. Und noch eine Errungenschaft. Play that funky thing. Lauf da für Forschungswürfe. Das ist wie die Telefone sahen in den Zeiten. Err... Ich meine... Jetzt. Ah, das macht lieber. Glue in eine Bottle. Ich glaube, diese glue wird gut. Better take it mit mir. Es heißt FBI. Ich glaube, es steht für Federal Bear Investigation. Hier sehen wir eine Lamp in seinem naturalen Habitat. Er lehnt sich hin, bereit zu leipen, mit wunderschöner Präzision. Ein wirklich faszinierender Predator des wilden Office? Sonnenhexter. Schlau. Schlau. Schöne gute Nacht. Ich fühle mich wirklich, dass ich nicht genug Schuhe habe. Und nein, es ist kein Stereotyp. Es ist nur ein Fakt. Ich habe das für Flint. Mit meinem eigenen Geld. Es ist ein Guardian-Superhero-Dude. Sehr blöch und depressive Geschichte. Produkt-Placement-Errungenschaft. Was? Das muss Ted's sein. Es ist meine Feld-Hockey-Maske. Mein Freund Jason will sie kaufen. So wie ich bin, kann er es haben. Was ist das Schlimme, das kann passieren? Das sind meine Kleine. Die Farben sind eher auf der breite Seite. Aber ich kann es nicht helfen. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich liebe es. Ja. Ja. Okay, dann benutzen wir mal Kleber mit der Linse. Ich kann das nicht benutzen. Okay, dann benutze ich erstmal Kleber damit. Hier geht's. Jetzt brauche ich nur eine Lenz. Voila. Ein perfektes Krieg. Ted will nie wissen. Et voila. Das ist nicht mein Magnifier. Was meinst du? Es ist ein Magnifier. Es ist ein Magnifier und alles? Nein. So, das ist mein Magnifier. Mit dem Lenz missing. Which I'm sure you broke recently. You've replaced the Lenz with your Mom's glasses and glued them together with kids glue. Das ist preposterous. Never have I ever. Okay, never mind. This will do, I guess. Let's head out. Watch my back, Ted. Und jetzt? Gehen wir in den Westflur? Let's head out. Watch my back, Ted. Look doll. I'm not suggesting we go around looting the cabinets and whatnot. But how about we go and loot some cabinets and whatnot. Okay. Okay. There are some chain things inside. It's locked. Mist. Mmm. Kriegen wir das vielleicht mit unserem Schweizer Taschenmesser auf? Come on. Was? Das ist ein Schweizer Taschenmesser. Ah, mit Leertasse kriege ich das Inventar auch schnell auf. A random generic asset place to occupy empty space. Let's pretend there's something inside. Like... Like... A golden retriever puppy just for you doll. Oh my god! Is it really? I can't... I want to. Can we take him out? I'm gonna call him Cookie and walk him every day and... Yeah. No, it was a joke. No one would put a live dog in a sealed box with no air holes. Dum-dum. You're just so mean. Dum-dum. Oh, be good. The accentuated almost reckless brush strokes could be an indication of the artist's lack of formal education. Rather than paint with methodical almost sterile precision, he instead attempts to convey his inner turmoil through his paintings, making his work better appreciated through sheer emotion. What the hell are you talking about? You're just such a caveman. I like the Bären. Haha. Ah, Hattegat, hi. Guten Abend. A lamp. Nothing else to it. It shines. I can see where I'm going. But if I can see where I'm going, that means I'll hardly ever get lost. So this lamp is like a beacon, reminding me that wherever I am, I can just look around and I'll find my way back home. She quatscht schon ein bisschen viel, das muss man ja sagen, ne? Das müssen wir zu Ende spielen. Nicht heute, aber irgendwann. Ähm, bisher sind von dem Spiel zwei Episoden draußen. Das ist ein Episodentitel. Und ich habe keine Ahnung, wie viele Episoden es haben soll später. Und ich habe keine Ahnung, wann die nächste erscheint. Ich habe momentan auch nur Episode eins davon. Ähm, müsste man mal, sich mal schlau machen, wie da der Zeitplan ist. Stand da gerade Sandwich? Da stand Sandwich? Ja, ich muss nur gerade... Ja, hier an der anderen Lampe steht Sandwich. Was? Okay, die ist ein bisschen durch, oder? So, generell. Badum-tss. Badum-tss. Aber es war scheiß übersetzt, oder? Warte. Ja. Vergiss mein nimmer. Das ist schlecht übersetzt. Obwohl, ne. Vergiss mein immer, ne? Das war nicht mit Doppel-N geschrieben. Ähm. Warten wir, bis alle da sind und dann alles durch. Ja, da muss man sich halt, wie gesagt, mal schlau machen, wie viele da kommen sollen und wie da der Zeitplan aussieht. Was ist denn das am Wandeck? Du meinst das hier, die Schnürsenkel, ne? Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Das ist... Ja. Das ist weird. Das ist es. Den Bären will ich auch haben. Der hat genau meine Nummer. So, Badezimmer, Flints Zimmer. Wir gehen erstmal ins Badezimmer. Bei Flint müssen wir auf jeden Fall ja gleich rein. Okay. Verdammt. Wir brauchen erst eine Taschenabwehr fürs Badezimmer. Dann... doch erstmal ein Flints Zimmer. Oh, warte, warte, warte. Okay, ich dachte wir können sie öffnen. Dann gehen wir mal in den Ostflur rüber. Okay. Wir haben auch Roboter. Rust. Hey there, Rust. It's been a while. Sure has, Snoop. Still walking the beat? Not lately. I finally took some time out to sort things out. He's pretending he's retired. It takes a lot out of him apparently. Well, you couldn't have picked a worse time to retire, Snoop. Things are getting close to the boiling point down in the city. What's going on, Rust? Wish I could tell you, Bear. I'm as clueless as the rest of them. One thing I know is that I was working at the steel mill one day. The damn place got blown up. Weißt du etwas über den Roten Mann? Wir haben gehört, dass in der Stadt Ausgangssperre herrscht. Hast du Flint gesehen? Weißt du irgendwas über den gelben König? We've heard rumors about some red man. Know anything about that? I sure do. He's the damn reason all this is happening, Bear. So this red shows up down in PC. This was a week ago. He goes up to the thugs first. Gathers information and such. No one thought nothing of it. Couple of beaten up lowlives here and there. It's a common trade with these guys, you know? Then, the fire started. I hear a couple of guys down from the coal district gather the posse. Try to corner this bear. No one heard from them since. And those guys are miners, Bear. They're as tough as nails. Who is? Those guys, Ted. What kind of information is he after? Well, here's the funny part, Snoop. I heard he was asking a lot of questions about our beloved miss here. That's why I'm here. After Doris and the kids left the city, I figured I'd come here and make sure Amber stays safe. Now, don't you be dragging her on one of your ill-advised adventures, Bear. Are you kidding me? Anyways, why would this guy be going around asking about her? You know anything about this, doll? Anyone whose life you're messing with? Besides mine, I mean. Angry boyfriend, perhaps? Don't get smart. I never heard of this red guy until tonight. Besides, you're the only man in my life, Bear. Who's getting smart now? So, what kind of information is this guy after, Rust? Haven't I told you about this already? He's asking about our little miss here. Is he alright? He's fine. He's just sleepy and grumpy. And, like, totally not drunk. Nah, I'm fine. I'm just sleepy and grumpy because she dragged me out in the middle of the night on some wild goose chase. Nice to see you two are getting along after all these years. We've heard the city is in lockdown. Sure is. It's been like that since the mill exploded. The official statement is that there was a gas leak down at the basement level. We all know better. So you think it wasn't an accident? You think someone is trying to cover something up? I wouldn't go that far, miss. My suspicion is that the officials don't want to make a big deal out of it. Keep the folks at ease. What about the mill owner, that Dietz fellow? He made any enemies lately? Filed any big insurance claim or something? Nah, Bear. Mr. Dietz is a straight up bird. Besides, his son was down at the mill when it happened. He hadn't gotten a little air buzz, is all. So no one leaves or enters the city at this point? That's what the lockdown implies, Bear. Folks are still escaping, though. I hear some of them got here through the tunnels. Them mugshot boys were the first to flee. And poor old Millie. I hear she got here safe. Millie's in my room. She's resting. Bless your kind heart, little miss. I'll stay here in the hallway. Keep an eye out. Can you do it, Rust? You seem kind of tired. I ain't nobody, little miss. Some buster tries to pull a fast one on me, I'll give him a little chin music before I drop a dime on him to the elbows. Um, what? He's saying he can do it. How'd you escape? I used the east tunnel maintenance shaft, but the thing was getting close to collapsing. I think that closes off completely after I got through. Have you seen Flint, Rusty? Millie told me he might be missing. I'm sorry, little miss. I'm afraid I haven't seen your brother. But I'm sure he's fine. Flint is a tough kid. Besides, no one has left or entered this room since I got here. You know anything about the Yellow King? Not really. I guess they left the thing wide open. Like, open to interpretation. I personally didn't think much of it. Well, we better get cracking. Catch you later, Rust. Sure thing, Snoop. Thank you, Rusty. Bye. Bye, little miss. Don't worry about your brother. I'm sure he's alright. I find it so good gemacht, dass man hier eigentlich mit Spielzeug spricht. Oh my, those curtains are wide open. The reflection from the glass is unflattering. I prefer to leave some of the view to the imagination. Thank you very much. It's a tree. Like the ones outside. Only this one is inside. It's creepy. I don't like it. It's a... It's a... I don't know. You kind of lose your imagination after the 10.000th useless item. It's a lamp. A painting? Or is it some sort of inkblot test? Oh, a Speicherpunkt. A save point. Nah, just kidding. What is this, Resident Evil? We have auto save you, dingus. For when you get tired of walking up and down this hallway. It's all dried up. Serving as a reminder of life's fleeting nature. A painting. Or is it? My old trusty lamp. I never walk around this hallway without her. I see three anthropomorphic mailboxes. Dancing to the captivating beats of the Jay Summers Jazz Quartet. It's locked. I mean, of course it is. So, und da müssen wir gleich durch. Wir gucken uns aber natürlich erstmal ein bisschen um. Okay. A book titled, It's a Wonderful Lie. The judicial system and how to exploit it for profit. So many stupid words. I hate boring books. It looks pretty. The sand I bet came from somewhere far away. That dimwitted boy sells these down at the local market. So the sand probably came from... Nope. Somewhere far away. Maybe some desert. Sure, the desert. Sure, the desert. Ich find den wär so geil, ich auch. Ich find den großartig. I just love these old paintings. If I fail in my quest to become a world renowned novelist and Pulitzer Prize winner. Maybe I'll become a painter. Sure. Are they letting just anyone be a painter these days? Hey, I'm only ten years old. The world is my oyster. Please whoever finds this log. I'm one of the developers who will bear with me. I... I didn't want to do it. They've made me. Please send some... Oh no. If I can hear him coming. Wow, that's just disturbing. Yep. Oh, wie großartig. Krümmel, gute Nacht, schlaf schön. Oh, wie gut ist das gemacht, bitte. My grandpa's books. I know you're not supposed to judge a book by its cover, but these look so boring. Only for looking, not for touching, according to my mom. It's a decorative plaque of some sort or an award for wood chopping? I don't really know. Also, ich muss sagen, sie haben es auf jeden Fall geschafft, dass ich ab jetzt jede Lampe untersuchen werde. I've always loved this painting. It looks familiar in a way. I feel like I've been there before. Ha, yeah. How come you're not in it? My grandpa's books. I know you're not supposed to judge... Okay, das kennen wir jetzt schon. It's Anibus. Protector of the deceased. It's so common, you would think people have an almost unnatural fascination with death. Können wir es antatschen oder mitnehmen? Whoops. There's a number written underneath. 107. What does it mean? 107 is the police code for an unconscious or a dead person. That's a little grim. I don't make the rules. I sure as hell don't follow them either. Hm. 107. Müssen wir uns merken. So many places to visit. If I had a lot of money, I would spin this and travel to where my finger lands. Hopefully not in the middle of the Atlantic Ocean. Let's take this bad boy for a spin. Man kriegt hier gerade für alles irgendwie eine Trophäe, auch jetzt around the world. Ew. Cigars are gross. Of all the places in the world, the flavor country seems least appealing to me. Lexiniusta non es... Lex? Funny made up words. Although, they have a certain righteous ring to them. This chair is so comfortable, but we don't have time to sit around. Well, Ted will probably need to at some point. He's getting old. Huh? Ah, I wasn't listening. You just ramble on and on sometimes. You didn't hear me cause you're old. Hmm. Bear with me. Bear with me. Jetzt hab ich's gerafft. Sehr gut. Highly breakable. Believe me, I know. Nothing interesting about it. Lampe. Just shining away. I have a similar one in my room. You have the same lamp in your room. It's just asset reuse. Those lazy artists. Haha. Ah, das ist so gut gemacht. Haben wir die schon anguckt? Guck. Weiß ich nicht. Gucken wir die nochmal? Ah, okay. Okay, dann haben wir das gleiche nochmal. Ich dachte, er sagt dann vielleicht... Obwohl, ne, sagen kann er ja nichts. Aber, dass was anderes kommt. Wow, das ist einfach ständig. Ja. Okay. Pflanze mit schaufen Blättern. Ja. 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 Es ist nicht der Größe des Böts, sondern der Bewegung im Meer. Was bedeutet das denn? Ich denke, es bedeutet, dass es nicht wirklich egal ist, wie groß das Land ist. Es wird wahrscheinlich sinken, wenn der Sturm stark genug ist. Suche eine Trage... Oh Gott, die Sprüche. Ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar. Es ist ein kleines Haus in dem Land. Es sieht so peacevoll da. Ich wünsche, ich hätte mehr Zeit, um jedes Stück von Kunst, die ich herauskriege. Äh, okay. Ich glaube, wir haben hier alles untersucht. Ähm. Schauen wir hier mal. Ja, okay. Okay. Toll. Und wie kommen wir da jetzt durch? Keiner von beiden will durchgehen. Das ist schlecht. Ich glaube nicht. Hast du sogar versucht? Ja. Ich probiere alles aus. Komm schon. Ah, verdammt. Wir müssen da irgendwie... irgendwie... irgendwas anderes tun. Vielleicht gehen wir erstmal ins Bad. Vielleicht finden wir was, womit wir im Bad, womit wir die Spinnweben hier wegmachen können. Das war verstörend. Äh, wir wollten ihn nach Batterien fragen. Oh. 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 Wir müssen uns auf den Nacht und ich muss einen Augenblick aufhalten. Wir können uns auf das Öl ausziehen. Wir können uns auf den Öl ausziehen, Rust. Wir können uns auf den Öl ausziehen, Rust. Warum nicht du dich aufhören, und mich und die Dahl hier überlassen? Du? Kein Entschuldigung, Bear. Ich liebe dich so viel als jemand in Paper City, aber das hier ist anders. Ich glaube, dass du diesen Reden-Gerchen nicht würdest. Du solltest mich auf Mist und Millie und die Patrol zu mir machen. Mist. Du sagst, ich bin nicht Qualifizierung für Watchduty? Wir müssen das alles aufhören, schnell. Es gibt eine Bottele von Carrot-Juße in meinem Büch, das ist für meine Rückkehr. Wir können uns aufhören, für jemanden überrascht. Außerdem, du sagst, ich bin mehr als Qualifizierung. Das Beste von ein paar Jahre späteren, mit dem Roboter-Juße wegzunehmen. Ich war derjenige, der das ganze Schadier-Affäre durchgebracht hat, und du kennst es. Du solltest mich spielen, Bear? Ich weiß, dass du nichts zu tun hast. Das Ding war so hoch, da keine Chance in Hell, Snoop, wie du, sogar noch so nahe zu wrapen es. Du hast da gebrochen, Rust. Es war ich der Falle, und ich kann es tun. Ich habe das Falle und die Credentiale. Handed zu mir von der Kommissioner, in meinem Office, irgendwo. Okay, okay, settle down there, Bear. Let's make a deal. You show me the credentials, and I'll hand over the battery. It's not that I don't believe you. I just want to make sure you're not playing me, is all. Can't you give us just one battery, Rusty? You'll still have a couple of them left, right? Here's the thing, little miss. It's a closed circuit. She knows. She's just playing on your soft side, Rust. Ted and Amber, move away. Ted and Amber, move away. Oh my god, Ted. You're not supposed to read the brackets. A do-over? Keep it rolling! We should get to my office, doll. There's an old file I have to find. What's this whole deal about, anyways? Why can't he just give us a battery? We can keep an eye out. Rust is having a hard time coping with what happened. He worked in that mill for over 20 years. And now, suddenly, he's got nothing to do. Let's just do this to humor him. Poor Rust. Okay, you're right. Let's find that file. I think by the time this is over, we're going to meet a lot of people in his position. It's where I rest my pretty little head. There should be an old file here somewhere. Nasty business from a couple of years ago. The robot union hired me to look into several cases of robot kidnappings. I remember. That CEO of Illuminarium, Skinner, used robot parts to manufacture headlights at low prices. Yep, I brought down that whole shady deal. Almost got shot in the process. Rust finds me unqualified for lookout duty. Probably thinks I'm a burnout. You're not a burnout, Ted. I mean, you were more driven before, but I understand you've had a lot on your mind lately. Anyways, I'm really glad you're with me on this one. Sure thing, doll. What am I going to say no to you? Thanks, Ted. Don't mention it, partner. I got this for Flint. With my own money. It's some very... It's full of Ted's past cases. It's full of Ted's past cases. Okay. Ähm... Spiel wird sowas von gekauft. Ja, ähm... Ich find bisher auch sehr, sehr großartig. Ich hab gar nicht erwartet, dass der Humor so gut ist. Soll man das Spiel jetzt eigentlich stoppen und erst dann weiterspielen, wenn alle Episoden draußen sind? Das ist ja fast verschenkt, wenn du jetzt zwei Stunden spielst. Das stimmt eigentlich, ne? Das stimmt eigentlich. Ich würd sagen, wir gehen noch einmal mit Rusty quatschen, dann haben wir nämlich so das Stündchen Pi mal Daumen auch rum. Und dann werd ich mir auf jeden Fall aufschreiben, dass ich hier mich mal schlau mache, wie das mit den Episodentiteln... Also, ne? Wie das geplant ist, wie viele Episoden kommen sollen, wann die erscheinen. Ähm... Sonst kann man's ja zumindest so machen, dass man schon mal die erste... Ah, obwohl das ist eigentlich schade, wenn man immer nur an so Episoden... Also, wie wir's jetzt bei Walking Dead machen, das ist eigentlich schade fürs Spiel. Hm... Ich mein, wenn wir jetzt nur ein Stündchen gespielt haben und dann kommt es halt erst in dem Jahr fertig raus, oder was, kann man auch sagen, dass man dann nochmal ganz von vorne anfängt. Ah, wir müssen's aus dem Inventar mitnehmen, ne? Big deal for us robots, you know. I always held you in our regard, Bear. But you just earned my utmost admiration, let me tell you. You can have my battery. I can use a little shut-eye, to be honest. Keep an eye out, and keep little Miss here safe. Oh, and check on Millie from time to time. Make sure she's alright. Thanks, Rust. We won't let you down. Thank you so much, Rusty. Get some sleep. We'll wake you up in the morning. This won't work. It usually takes two or more of these. Damn it. Wir brauchen noch ne Batterie. Rest. Ich dachte, wir könnten schon mal wenigstens noch ins Bad reinlinsen, aber... Ohne zweite Batterie ist das schlecht, wa? Nun gut, aber wir wollen uns ja dann auch nicht so viel vorwegnehmen. Äh, lohnt sich zu spielen. Es ist einfach nur geil. Äh, Zwergi, wenn du das schon kennst, weißt du wie das mit den Episoden ist? Äh, zwei sind ja inzwischen draußen. Ähm, ich speicher trotzdem mal. Ähm, zwei sind ja schon draußen. Und weißt du, wie viele das werden sollen? Das gefällt mir echt gut bis hierhin. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Der Humor ist einfach klasse. Und die Grafik mag ich auch sehr. Das ist schon ziemlich genial. So. Wieder ein bisschen Musik an. Und wieder packen. Das gefällt mir jetzt eben an. Und dannbresen den Mermen zum Meer.